herzlich willkommen und freunde leute mir ist was ganz böses passiert wir gehen mal eben kurz hier hoch dann werdet ihr das schon merken ach ne stimmt ja leute ihr wisst ja jetzt gar nicht wo ich hier bin das liegt daran ich dachte ich hätte den aufnahmeknopf gedrückt leute es tut mir echt leid was passiert ist warte gibt es hier nicht irgendwo so ein ding stein dann kann ich vielleicht grob hier ist ein wapstein dann gehen wir mal eben zu den drachen inseln zurück dann kann ich euch das mal eben zeigen wir waren ja im letzten part bei den drachen inseln und hier lag ja ein großer tyrann das war der tyrann von ihr den mussten wir einmal besiegen dann sind wir hier in das verlassene labor gegangen und hier haben wir dann gesehen dass amelie heimlich drachen erschaffen hat die die tyranten auslöschen sollen und daraufhin hat uns amelie angegriffen aber uns was ist dann passiert und dann sind wir irgendwie im schneereich gelandet ja das ist so grob jetzt die story leute es tut mir leid es tut mir echt leid wir müssen auch gegen amelie kämpfen ach man es tut mir echt leid wir haben im letzten party schon alle angelabert deswegen bringt das einzig nichts wenn wir jetzt alle noch mal anladen sollen wir müssen auf jeden fall in den osten und also wir können uns den auftrag noch mal anschauen tagebuch tut mir echt leid leute es tut mir wirklich wirklich leid trifft den bomben hersteller die müssen wir jetzt im osten suchen nie ohne nie ohne osten ist rechts osten ist rechts es tut mir wirklich leid vom herzen tut es mir leid nämlich auch ja ich nehme auch okay hier hat sich niemand entwickelt die sind alle auf 30 mittlerweile und ja auch mal ist es mir wirklich leid leute es kommt nicht noch mal vor ich hoffe es der bombenmeister ja er hat seinen arbeitsplatz im osten ich glaube die idee sprengstoff in der stadt aua warte mein mikro ist aufgefallen aufzubewahren gefiel den leuten nicht sie liegt immerhin schon in trümmern okay was hast du wenn du nicht so beschäftigt bist versuche ein paar quests in der stadt zu machen mit dem mangel an tamern gibt es bestimmt eine menge dinge die erledigt werden müssen es gibt viele feindliche nexamon und banditen dort vorne passt auch als gehen thema auf dich auf hat vorsicht jetzt die wieser draußen auf dich allein gestellt sein kauft die vorräte so lange du noch kannst also leute ich möchte mal ganz kurz klarstellen ja wann ich mit diesem spiel hier durch sein möchte ähm temtem kommt ja nächstes jahr für die switch raus da würde ich das dann liebend gerne dann auch spielen und bis dahin sollte das projekt dann eigentlich auch beendet sein ich weiß nicht ob ich das bei zwei parts belaste die woche ich muss doch gucken wie es mit der uni nächste woche läuft mein moment also samsung und sonntag könnte ich halt wirklich aufnehmen aber mehr als 32 folgen weiß ich noch nicht weiß noch nicht ob ich da die zeit finde was bist du denn du siehst ja lustig aus befehlt hahaha und die folge reicht das oder reicht das nicht ich bin betäubt es hat gereicht komm hier gibt folge ein auger das war viel zu viel man ich wollte ihn doch fangen ich wollte ihn fangen was soll denn das das auf jeden haus gehen wir mal kurz rein hallo hallo gibt es uns was ne da gibt uns nichts mann 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 ich kurs ich morgen früh keine zeit habe um aufzunehmen und ich nicht vor 13 uhr wieder zu hause bin eine psycho pfeife oh äh außerdem wollte ich mal gucken wie ich an morgen als jetzt raus haue denn ich habe echt sehr sehr viele parts vielleicht drei bis vier mal die woche wir müssen mal gucken wir müssen mal gucken ja so auf jeden fall so ungefähr zumindest äh wir müssen nach rechts wahrscheinlich ja nach rechts ja komm gehen wir erstmal nach rechts so hier bekommen wir dann wahrscheinlich auch diese eisenergie kann ich mir gut vorstellen oh wir müssen kämpfen okay hey du idiot bist du einer dieser räuber hm mich kannst du nicht reinlegen nein typen wie du streifen immer durch diese gegend und suchen an leuten die sie ausräumen können damit ist jetzt schloss ok feines ding uh was ist das denn was ist das denn hier kriegst du Gift ab 14 wow Palmschüttler okay der ist weg was habe ich nicht äh psycho psycho kann da nur helfen oh gott er hat gewechselt das finde ich nicht so gut oh nein jetzt ist er effektiv gegen mich oder ne ist er nicht sehr gut weg mit dir weg mit dem Dreck oh ne Katzi ne kleine süße ja Nesti ja Nesti weg mit dir jetzt mann boah alter du machst aber Schaden hier komm mal klar bitte weiß ich oh blub blub oh der ist süß den will ich in meinem Team haben den will ich in meinem Team wo gibt es den gibt es den hier den will ich haben der sieht ja cool aus so wem gönne ich denn die Erfahrungspunkte ich glaube dir dir mit dir habe ich auch schon lange nicht mal gekämpft tatsächlich die ist fast schon ja einfach nur noch da ist nichts mehr besonderes kleines Ding aber es macht nichts ne dir macht das doch nichts demotiviert super hier Prügler mach mal Prügler yeah yeah nice oh ich nehme an du bist wirklich keiner dieser Diebe hey schau mich nicht so an in diesen Bergen will mit es verräubern jemand muss ich doch mit ihm abgeben ah ja äh unser Ei hat außerdem jetzt auch äh noch Wind wir haben nämlich ähm die Tochter von Omnicron getroffen die hat uns Wind gegeben ach vielleicht war das aber auch schon in dem Part davor ich bin mir nicht sicher oh warte hier können wir unser Pokémon heilen ah ne doch nicht da war was drin äh nächste Mal nächste Mal Leute sorry sorry ich bin noch nicht so dran gewohnt Nexomon zu sagen das ist echt schwer vor allem wenn jetzt die Tage das äh äh der EC von Pokémon kommt da wird es noch schwer das zu trennen so ElectroCraft da 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 nimm dich mal ich denke Eis ist ganz gut oh ich hab was Falsches ange- ach man egal hier nochmal Zwinexionale super oh du siehst ja cool aus Fanglory oh ist das etwa meine Weiterentwicklung kann das sein ich bin weiß ich nicht ich lass mich auf jeden Fall überraschen erstmal weg mit dir oh und noch eine dritte Entwicklung wahrscheinlich oh Gott das bringt ja gar nichts äh ja muss ich weiter so machen muss ich leider weiter so machen ich glaube wir verlieren gerade aber ist nicht ganz so schlimm oh Gott verfehlt ist natürlich sehr schlimm ne ich weiß nicht was da gegen Gestein ist jetzt nicht so das beste oh ich hab Plasma Kanone perfekt Aua 38 tut weh nein verfehlt ach man wieso denn Steini ach das ist doch lächerlich hier echt lächerlich bist du denn da Aua 28 uah jetzt bin ich weg ey man die sind aber auch hier immer alle stark ach ach so wartet Leute ach ne ne wir nehmen den Begleiter weil hat er nicht aufgenommen hat er nicht aufgenommen ne gegen dich will ich nicht kämpfen danke ach ich hasse das wieso ist man denn nicht voll aufgeladen was ist das hier bitte ist doch ein Witz ach ich kann auch nicht drum herum gehen ach Gott wir versuchen jetzt so nochmal wenn es nicht klappt dann muss ich echt nochmal heilen gehen ey oha nervisch hochziehen und ich bin nicht schneller danke äh Psycho so bitte oh 30 war nicht oh gut er hat gewechselt das ist sehr gut oh ich könnte auch Wiederherstellung machen glaube ich oder wie schadet es wieder schon er stellt bei jeder Runde 8% der maximale oh das ist gut 8 ok äh super 8 sehr schön nochmal 8 21 sehr gut 43 nice oh verfehlt super gönn dir die 8 oh aua 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 oh nein ich bin müde ich bin müde oh Gott Psychobombe 46 nice verfehlt hahaha Psychobombe hihihihi oh ich liebe meinen Kani Nui eigentlich möchte ich dass du die ganzen EPs bekommst aber ich glaube das wird nichts das wird leider glaube ich wirklich nichts ne schade du warst aber trotzdem wirklich gut du warst wirklich atemberaubend woher kommt äh elektro kraft kraft ich will mal mine kraft sagen aber elektro kraft ist es ja sehr gut prügler prügler oh 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 nice ja gut super gemacht mein kamelevo oh ja 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 ne ne ich komm nicht nochmal um dich zu besiegen da rechts geht es nicht weiter wow als ob ich hier umsonst hingelaufen bin das ist jetzt nicht euer ernst oh ne ne uuuhh ohohohohohohohohohohohoh wo muss ich denn hin warte mal eben hier unten nee auch nicht dann gehen wir weiter nach oben oh nein da ist schon wieder ein trainer ach gott den können wir aber glaube ich verarschen hihihi tschüss Oh, hier haben wir ein großes Haus. Sehr cool. Äh, ich hier glaube ich... Oh, oh, oh! Da unten ist eine Eisenbahn gewesen. Oh, sehr interessant. Kann ich hier rein? Mhm, anderen Weg. Ja, komm, springe hoch. Und rein da. Rein in das Haus. Oh Gott. Ich habe meine nächste Woche nicht trainiert. Ach, Hilfe, Hilfe. So Hilfe und so jemand. Nee, Leute, ich bin nicht geheilt. Och, Mann. Ich bin noch nicht geheilt, aber ich mache euch wieder echt trotzdem fertig. Oder ich muss ein Item nutzen. Äh. Ich will kein Item nutzen. Och, Mann, was ist das hier denn, bitte? Für ein Kack. Ganz ehrlich. Hier, bitteschön. Ich möchte das gerne nochmal einsetzen. Hier für dich. Dann für dich. So, wer baut das noch hier? Hier bitte. Wie? LP? Ach so, LP war das. Ich dachte, das wäre auch sauer. Hier ist auch sauer. Das gebe ich dir auch noch. Und dir. So, das müsste reichen. Ah, wir gehen noch kurz nach rechts gucken, ob hier noch was Schönes ist. Ja, hier ist was. Wir sagen einfach, das waren die Einbrecher, die das geklaut haben. So, wir speichern einmal. Äh, System. Speichern. Ja, überschreiten. So, dann geht's los. Du, du bist das Kind aus dem Waisenhaus. Du kleine Girl, wir haben überall nach dir gesucht. Unser Meister wird entzückt sein. Wir haben nicht nur den Bunker sabotiert, sondern auch endlich dein Tyranten-Ei gestohlen. Äh, ja, mach das mal. Mach das mal mit mir hier. Ich sag nur hier, Elektro-Kraft. Kraft. Kraft. Boah. Kann nicht mehr sprechen, Leute. Oh Gott. Alter, machst du einen Schaden? Geh weg. Geh weg. 37, okay. Ja, war klar, dass ich da weggefegt werde. Nehmen wir dich. Aber das ist in Ordnung. Glatteis. Sehr schön. Hättest du nur einen Ticken mehr Schaden machen können. Und Spillings-Tornado, bitte. Oh, er war schneller. Jetzt ist er weg. Super. Und Feuer. Dingsi. Oh, 2-1. Oh, das tat weh. Das tat echt weh. Okay, ich bin nicht schneller gewesen. Schade. Dann nehmen wir Gestein für Feuer. Und greifen natürlich mit Plasma-Kanone an. Wer kennt's nicht? Oh. Uh. Da machen wir natürlich dann das hier. Wir gucken mal, ob das gut ist. 28. Ja. Wie viel macht Plasma-Kanone? 25. Also kommt's eigentlich auch gleich heraus. Wenn man ehrlich ist. Oh. Hier sehen wir schon die Weiterentwicklung, Leute. Von unserem Deyama. Fantra. Oder Pantra. Sehr schöner Name. Der Name ist echt schön. Alter. Wieso wechselt der eigentlich die ganze Zeit aus? Das ist ja hier nervig. Hoch 10. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So, Deyama. Was meinst du? Schwarze Flamme? Oh nein. Ja, beide verfehlt. Ich raste aus. Super. 24. Nice. Mach weiter so. Du schaffst das. Du schaffst das. Nice. Sehr gut gemacht. Und den schaffst du auch noch. Boah. Perfekte Deyama. Bin stolz auf dich. Warum passiert es immer wieder? Sag uns, für wen ihr arbeitet. Warum sollten wir? Nun, äh, wir haben dich besiegt in einem Nexumon-Kampf. Na und? Oh, weg sind sie. Puh. Egal. Ihr habt uns gerettet. Ist die Stadt okay? Wir brauchen die Bomben, damit wir den Bunker ausgraben können. Natürlich, natürlich. Oh, cool. Ich hab die Bunker. Nice. Spring doch nicht so rum, wenn du Bomben mit dir trägst. Verflucht seien diese Banditen. Habt ihr das gehört? Sie wollten die mistliche Lage der Stadt nutzen, um ihr Versteck zu schützen. Bring das Dynamit so schnell wie möglich zu Wiedel. Und nimm das als Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh, dankeschön. Wasser ist gut. Mit diesen Nexu-Tops, ja, 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 weiß ich. Danke. Danke. Äh. Jetzt die Frage, wo ist das? Krieg ich was im Tagebuch? Ach so, in der eisigen Tundra war er einfach nur. Okay. Hier geht's nur nach oben. Das ist eine Abkürzung. Ich weiß nicht. Wollen wir mal rein? Gucken. Oh, da unten ist eine Höhle. Das ist auch interessant. Cool. Okay. Vielleicht ist da der Eischrein drin. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wenn wir da mal hinkommen. Gut, dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir zur Stati. Gibt's keinen schnelleren Weg? Teleport oder sowas? Und nein. 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 Wieso? Wieso bin ich so blöd? Ich hab nicht mehr dran gedacht, dass da ein Träner war. Ich bin einfach nur gelaufen. Was bist du denn da für ein Wasser fähig, ey? Oh Gott, ich mach dir kaum Schaden. Egal. Ich muss jetzt eh Kaninui beenden. Psygeisier, bitte. Sehr schön. Und dann Psyche-Bombe. So, was kommt dann noch? Uh, der süße Drache. 46 habe ich jetzt gemacht, ne? Und damit war ich 37. Okay. 10. Circa 10 weniger. Okay. 4. Haha, das macht mir ja überhaupt nichts aus. Kleiner. Ah, okay. Dann machen wir noch zwei Psyche-Bomben. Und dann war's das mit dir. Sehr schön. Kanu, ich hoffe, du bist ein Level ab. Ja, bekommst du. Finde ich sehr gut. Ja, 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 ja. Ich vergebe dir. Oh, weg ist er. Okay, tschüss. Oder war das ein Bandit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich muss nach links. Und darf keine Zeit verlieren. Oh, ich hab'n Weg, glaub' ich, zur Truhe gefunden. Dann gehen wir da gleich nochmal zurück. Ja, aber erst halte ich hier meine nächste Monster. Und sonst, da komm' ich nicht durch. So. Heilig, Heilig, mach mal Heilig. Komm mir jetzt halt wieder. Jo, 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 mal schauen. Uuuuh. Uuuuh. So, wir locken weiter. Konnte man das eigentlich hören? Mein Hund hat nämlich gepupst. Gepuppert hat der. Oh, der tapst da wieder in die Küche. So, gehen wir mal weiter. Da ist die Tore. Sehr schön, Leute. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir geben das das nächste Mal dem Typen. Ah, wow, hier hätten wir uns auch halten können. Ich raste aus. Ähm, ja. Wir geben das dem Typen das nächste Mal und sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Und Ciao. Uuuuh. Uuuuh.